hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animations rolldown mit uns dem herrn sofort neben mir und mir immer gleich von unserem kanal sofort gleich ja daily shop video gucken wir uns mal an was jetzt aktuell reingekommen ist aber die action spanker box gucken wir mal rein so mal der klas spanker ich kann es von hier aus nicht sehen echt das ist so klein meine augen sind so schlecht was steht denn da überhaupt himalai himalayan observatory mons ok stop hitting yourself that's my parfait und dann alter eine lois griffin in legendary am rad lois griffin in legendary wie geil jetzt gucken wir uns mal die kombos an die es für die gibt was gibt es aber auch langsam was ist church wine drunk das sieht aus als wäre der gekotzt hier er hat gekotzt so church wine drunk so und hat man jetzt was haben wir hier golfing lois ok das gibt es da noch s&m lois ok hot and bothered lois karate lois cinderella lois cheerleaderin lois modden lois oh gott diamanten ring lois ok rambo lois rambo lois war früher geil rambo lois ja 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 aber rambo lois softball lois war jetzt so schnell okay s&m lois jetzt wiederholen ist dann auch wieder ja weil das kombos sind karate lois ok ich denke rambo lois ich denke damit was ist das rote schnirige katze das kein bild da fehlt das bild ja das habe sie noch nicht gemacht weil die andere karte auch noch nicht da ist ihre man es trifft core back was ist das war rock rock weil wir wollen wir wollen wir wollen was soll das denn sein okay also auf jeden fall mega nice cool es gibt jetzt eine legendary lois ja geil oma also die ganze familie griffin ja also gehen wir mal da raus jetzt hier und dann gucken wir mal weiter was gibt es da noch dann jetzt aber in steve smith den gab es noch nebendran steve smith und dann kommt der ganz andere rotzer da nebendran da haben wir spielte frei für eine letzte eine tempo ist ja nur es gibt aber leute die es machen und dann haben die die eben unter umständen quad fuse wenn sie einfach noch fehlt ich würde es nicht naja du vielleicht nicht aber um eine lege quad fuse zu bekommen kann das schon mal sinn machen so also gehen wir jetzt weiter in dem kombo mastery und da haben wir ja was ganz interessantes den als erstes den rippt bollock immer mal ins erste dinge rein was du musst da links links du musst links rein du musst links rein und ich kann mich daran erinnern dass ich jetzt erst mal gesehen habe bleibt mal irgendwo auf einer mythic kombo stehen das ding das ding das ist schon richtig geil also das ding das ist schon richtig geil ja ich sag mal so allerdings natürlich nur wenn man den volk in der mythic version hat na und den mit einer die kombiniert ist cool 500 jams also ihr ihr merkt ich bin da ein bisschen knauserig also wenn einer zu viel jams hat klar macht es macht sinn aber ansonsten so dann haben wir als nächstes hier eine frei kombo des derby wife und die ist allerdings also derby wife ist eigentlich so ziemlich die schwächste als eigentlich eine der schwächste es ist die schwächste frei kombo die es gibt meiner meinung nach kann mich jetzt an keine kombo erinnern die noch schlechter ist als derby wife jetzt habe ich dir den tollen erst fröhlichen blick guter kopf böse kopf so ja 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 genau also das ding lohnt sich in keinster weise dafür 500 auszugeben ja 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 okay gehen wir auf die nächste kombo jetzt muss erst mal darüber genau sie die kenne ich noch gar nicht ich habe diese kombo noch nie ich habe diese kombo noch nie ich habe diese dort fahrfeiter franzine ja gut hat halt gas ok braucht das ist ja das ist also franzine schrott und das jetzt hier passt ja vorne franzine müssen nein er kommt gleich extra vergleich eine nützige benzine raus interessiert mich nicht weil die werde ich wahrscheinlich eh nie bekommen ja wenn du sie bekommst das ist eine gute frage so jetzt gehen wir mal weiter auf die nächste kommen und da haben wir den schwimmlehrer bob oder ins winter war das winter bob ist also ja hat halt relativ bombe und motiviert und relativ viel leben prinzipiell wobei das jetzt inzwischen auch nichts besonderes mehr ist früher war das noch besonders also den schwimmlehrer bob den kann man sich auch schenken ja den braucht eigentlich kein mensch wirklich also ich kann mich also ich habe schon in manchen fällen mal gespielt eben in den bomben effekt wenn ich sonst keine alternative hatte aber deswegen würde ich da jetzt keine combo mastery für holen also das ding braucht ihr auch nicht wirklich ne also wenn es euch fall hat dann lasst mal ein like da läutet unsere glocke aber davon müsste abonnieren und ja schaltet zunächst mal wieder ein wenn sie da ist animation oder fort mit uns den an sofort und dem an gleich macht's gut bis dann und tschüss